Hallo und herzlich willkommen heute zu diesem Video. Wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, werden wir heute über World Eternal Online sprechen, was das für ein Spiel ist. Es nutzt auf jeden Fall die NFT-Technologie, deswegen habe ich das auf dem Radar. Auf nft-gamers.net baue ich ein Magazin auf, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und schaut dort gerne vorbei, auch falls ihr mitwirken möchtet, falls ihr mal einen Artikel schreiben möchtet oder falls ihr weitere coole NFT-Games entdecken möchtet. Schaut dort gerne vorbei. Wir legen jetzt gleich nach dem Intro los mit dem Video über World Eternal Online. Wir befinden uns hier auf der offiziellen Website, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung auch noch. Ich finde dieses Spiel höchst interessant. Ich habe mir mittlerweile sehr viele Games angeschaut, die die NFT-Technologie nutzen werden. Falls ihr das nicht kennt, was NFT bedeutet und was das für einen Mehrwert haben kann in Games, schaut unten in der Videobeschreibung oder im Infokasten vorbei. Da habe ich ein Video darüber gemacht, was die NFTs in der Gaming-Welt erklärt, wie das funktioniert. Hier auf der Webseite seht ihr, dass man kann an Discord natürlich joinen. Da habe ich einen guten Eindruck von. Die haben sich viel Mühe gegeben, den Discord gut zu strukturieren. Wir möchten aber darüber sprechen, was uns in diesem Spiel tendenziell erwartet. Wir wissen leider noch nicht viel drüber, was das Gameplay angeht. Wir haben keine bewegten Bilder zu den Spielszenen momentan zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Sondern wir müssen uns momentan mit Bildern begnügen und mit einem Artikel, den ihr auf NFT-Gamers.net findet, den ich vor kurzem verfasst habe. Es ist ein Sandbox-MMO, wie ihr hier unschwer schon lesen konntet. Es handelt sich um eine Wirtschaft, die von den Spielern angetrieben wird. Das heißt, es wird sehr viel auch um Crafting gehen, um Sammeln von Ressourcen auf den Karten, beziehungsweise innerhalb von der Welt. Und der Spieler und die Spieler machen letztendlich das Angebot aus. Und da sind natürlich auch NFT-Items mit am Start. Und hier seht ihr auch schon, dass es verschiedene Zonen gibt, die unterschiedliche Umgebungen bieten. Also hier Abwechslung geboten wird, verschneite Landschaften, Sumpflandschaften und so weiter. Dungeons wird es geben, es wird Bosse geben. Und die wird man auch in quasi einem Raid-Modus bezwingen können letztendlich. Events werden auf der Welt passieren. Und PvP wird auch eine Rolle spielen, insbesondere für Gilden, die dann um Territorium kämpfen oder auch Festungen belagern und sich eventuell auch abnehmen werden. Also Territorium sich gegenseitig abzwacken oder vielleicht sogar die Festungen, die zum Territorium dazugehören. Und da wissen wir noch nicht allzu viel Genaues drüber. Earn while playing. Wir haben darüber auch schon gesprochen in dem Video. Es geht jetzt natürlich vor allem darum, dass wenn ihr im Spiel aktiv seid, wenn ihr Items findet oder Items vor allem craftet. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache in World Eternal Online. Es geht viel um das Sammeln von Ressourcen und dann um das Craften von besonderen Gegenständen, die man dann handeln kann innerhalb und außerhalb mit Kryptowährung. Hier seht ihr ein paar Impressionen, wie das etwa aussehen wird. Es wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt und wie ihr euch wahrscheinlich schon herleiten konntet, beziehungsweise wenn ihr es jetzt so anguckt, fällt euch vielleicht auch krass League of Legends ein oder zum Beispiel Dota 2. Und ich finde diese Perspektive sehr cool. So könnte ein kleines Dorf aussehen, was von den Spielern betrieben wird. Vielleicht kann man hier auch Shops aufstellen als Spieler und dann, sage ich mal, irgendwelche Rüstungen verkaufen oder sowas in die Richtung. Das ist noch sehr spannend. Hier wird wahrscheinlich eine Truhe sein, wie ihr seht, wo man die Items einlagern kann, die man hat oder die Rohstoffe. Und dann hier vielleicht irgendwo das Crafting beginnt und irgendwo seine Gegenstände auch anbieten kann. Hier seht ihr auch schon ein kleines, ja, Menschchen oder irgendein Viech wahrscheinlich, was man bekämpfen kann. So würde ich das mal interpretieren. Und ansonsten sagt uns das leider noch nicht allzu viel. Was allerdings sehr interessant ist, ist, dass es mythische Helden gibt, beziehungsweise insgesamt zum Start wird es über 40 unterschiedliche Helden geben, die ganz unterschiedlich aussehen. Also hier auch stark von MOBAs geprägt, das Ganze unterschiedliche Helden. Alle haben mindestens vier einzigartige Angriffe, die sich zum Beispiel auf Feuerschaden, Eisschaden, körperlichen Schaden, Fernkampfschaden fokussieren. Und dementsprechend sind diese Helden auch in unterschiedlichen Situationen gegen unterschiedliche Bosse oder Feindestypen mehr oder weniger hilfreich und nützlich und effizient. Und der Spielstil wird sich in World Eternal Online so gestalten, dass ihr je nach Situation auch einen anderen Helden spielen könnt und mitnehmen könnt in die Schlacht. Ihr spielt also einen Helden, aber wenn ihr zum Beispiel seht, okay, hier, diese Monster sind anfällig gegen Feuerschaden, dann könnt ihr einen Helden aus eurem Repertoire mitnehmen, der Feuerschaden macht. Ihr seid frei, hin und her zu wechseln zwischen euren Helden, solange ihr euch nicht im Kampf befindet. Wenn ihr euch im Kampf befindet, könnt ihr nicht zwischen Helden hin und her wechseln. Das ist wichtig zu wissen. Und hier wird auch gesagt, auch sogar zwei Helden des selben Typs werden Unterschiede aufweisen. Und was da sehr interessant ist, eben im Zusammenhang mit der NFT-Technologie ist, dass man diese Helden auch handeln kann. Das heißt, wenn ihr hier irgendwie an Helden kommt, die sehr einzigartig, sehr cool sind, dann könnt ihr die auch handeln und damit theoretisch sogar echt Geld verdienen, wenn es gut läuft. Wie genau das jetzt alles funktionieren wird und ob diese Rechnung aufgeht, das lasse ich ganz deutlich hier noch offen. Ich würde euch zu Vorsicht raten, wie bei jedem NFT-Game momentan. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Hier sollte man ganz genau beobachten, wie die Systeme funktionieren. Nicht einfach blind Geld reinschmeißen, weil es cool aussieht, sondern erstmal checken. Gibt es hier zum Beispiel PvP-Loot, den man verlieren kann. Wie ist der Gameplay-Loop gestaltet? Macht das langfristig Spaß? Und erst wenn man hier einen Eindruck von bekommen kann, würde ich euch raten, da vielleicht dann mal anzufangen, Geld zu investieren. Denn sonst geht ihr da quasi blind rein. Und das ist Kamikaze-Modus letztendlich. Ich finde es vom Game-Design sehr, sehr cool. Es wird hier natürlich ein Crafting gehen, wie ich euch schon gesagt habe, aber es wird auch Tränke geben und man wird auch Pads haben können, wie ihr hier seht. Und das ist zum Beispiel ein Pad, wie es aussehen könnte. So, mir gefällt das sehr gut. Ich mag die Perspektive. Ich warte schon lange auf ein MMO, was in dieser Form gespielt und gesteuert wird. Das Top-Down-Perspektive. Core-Punk ist das so ein Beispiel, ist kein NFT-Game. Aber hier, da könnte ich mir vorstellen, dass das Spaß machen könnte. Ich bin allerdings jetzt noch skeptisch. Bin gespannt, wann sich dann mal Gameplay zeigt, damit man bewerten kann, ob das hier eine spaßige Geschichte wird oder ob es nur auf dem Papier gut klingt und das Design halt hier richtig gut aussieht. Denn das tut es, finde ich, definitiv. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ich habe euch den ersten Eindruck von World Eternal Online gegeben. Einen Artikel findet ihr noch auf nft-gamers.net und ansonsten schaut gerne in der Videobeschreibung rein, um auch zur offiziellen Webseite zu gelangen bzw. hier auch den Discord auschecken zu können. Ich freue mich, dass ihr dabei wart bis hierher und würde mich natürlich auch freuen, wenn ich euch bei einem anderen Video wieder begrüßen darf. In diesem Sinne, macht es gut bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.